Das Krisengesicht Der Spiegel kann der größte Feind sein. Ich blicke rein, erkenne mein Gesicht nicht wieder. Leere Augen blicken in leere Augen, während da draußen im äußersten Außen, wo wir unsere Seelen verkaufen, wir unsere Leben tauschen, die Welt in Schockstarre erstarrt. Leistung war der Motor, Geld war das Öl, alles lief wie geschmiert. Wir waren daran gewöhnt, dass der Rubel rollte über die Autobahnen und Bahntrassen. Wir wurden mit Waren überschwemmt, gefertigt von Menschen, deren Schicksale sich nur erahnen lassen. Gefertigt mit Rohstoffen, der Erde entrissen, mit Giften aus Gesteinsschichten gelöst, um über Schotterpisten in Kisten, in Fabriken von unterbezahlten Arbeitssklaven, unsere Smartphones zu ermöglichen. Und mit der Face-App lassen wir unser Gesicht so altern, dass wir aussehen wie die Menschen, die in diesen Fabriken schuften und mit Mitte 20 aussehen wie mit Mitte 40. Das ist die hässliche Fratze unseres Wohlstandes. Jetzt stehen die Maschinen still. Kein SUV mit Millionen PS, kein Thermomix mit Cookie-Doo, kein Asidas. Wir sind noch lange nicht über dem Berg, noch nicht mal über dem Deich. Sand im Getriebe, kein Strand zum Verlieben. Handkontakt wird vermieden und das Lächeln hinter den Masken verstummt im Angesicht der Krise. Zeit zum Besinnen in den eigenen vier Wänden, umgeben von vielen Dingen und seinen Liebenden und zeitweise überfordert mit der eigenen Existenz. Ohne Aufgabe, ohne Ansage, ohne Auflage. Kein Soll zu erfüllen und kein Haben zu generieren. Nur das Gesicht im Spiegel und die Angst, das, was wir haben, zu verlieren. Mit fortschreitendem Fortschritt, mit Memes und Wortbits zeigt sich leider, wie weit wir uns von uns entfernt haben. Wir laufen amok im Angesicht der Ruhe. Wir werden ruhelos, nervös, dunhäutig und reizbar. Unsere Rüstung hat einen Riss in der Schweißnaht. Die Aggression ist greifbar. Angst um die Heimat, Angst um was war, Angst um was ist und Angst um was werden wird. Und mit Angst durch den Tag, mit Angst durch die Nacht, mit Angst durch den Traum. In unserem Leben hat Angst sehr viel Raum. Ich blicke in mein Krisengesicht. Es wirkt grau, aschfahl, wie aus Basaltgestein, porig und rau. Ich habe das Gefühl, dass jeden Morgen die Sorgen falten, sich tiefer in die Subdermis einbrennen. Mein Gesicht macht mir Angst. Je besorgter ich gucke, desto besorgter bin ich. Eine Spirale endlosen Hirnfix zieht mich durch den Boden der Tatsachen direkt in die Hölle irrationaler Panik. Ich will das Unglaubliche nicht glauben und suche einen Weg, mich und mein Gesicht zu beruhigen. Ich lese viel. Ich befinde mich auf einem Schlachtfeld, umgeben von Meinungsmachern, Zweiflern, Kritikern, von Kompetenten, sich gegenseitig zerfleischenden Wissenschaftlern, sich profilierenden Politikern und Zinnsoldaten mit Aluhüten. Fakten und alternative Fakten kollidieren wie in einem Teilchenbeschleuniger und zerbröseln den letzten Funkenvertrauen daran, dass man irgendwem trauen kann. Also glaubt man dem, dem man glauben will. Dem, der das sagt, was man hören möchte. Dem, von dem man glaubt, der würde auch gesunden Menschenverstand besitzen. Ich schaue in den Spiegel und denke, wie von sich selbst eingenommen kann man eigentlich sein? Früh übt sich Hybris. Die Krone der Erschöpfung auf die Bretter geschickt von einem Gegner kleiner als ein Sandkorn und ins K.O. durch sich selbst. Neid macht sich breit, ein Schrei nach Gerechtigkeit und wir schauen auf uns und zeigen auf die und Länder igeln sich ein und ziehen in den Krieg, im Infekt vereint. Doch wir pochen auf den Unterschied. Wer ist mehr wert? Wer hat was verdient? Schuld. Bringen wir es simpel auf einen Nenner. Schuld oder nicht schuld ist es, dass die Lämmer, der Virus kam, sah, siegte und wir standen da mit heruntergelassenen Hosen. Grenzen sind Striche auf Papier, auf die Viren nicht stoßen. Was macht es mit mir? Was macht es mit uns? Ich schaue in den Spiegel, es wird langsam stumpf. Konturen verschwimmen, verblassen, verlieren an Schärfe. Ich löse mich auf, bis ich mein Spiegelbild werde. Entrückt aus dem Rahmen, aus der Realität. Ich wollte immer wie Rocky sein, mit viel Nehmerqualität, aber das Leben ist nicht Hollywood und Tiefschläge sind hart. Du kannst nach Adrian rufen, aber es ist ihr scheißegal. Murmelt ihr Tag. Ich wache auf und hoffe, es ist nur ein Albtraum gewesen. Darum spiegelt sehe ich die Spuren, die geschwollenen Augen, die Hämatome. Mein Gesicht ist Arschgesicht. Eine Figur aus dem Preacher-Universum von Anis und Dylan. Eine wunderschöne Analogie. Wir haben uns die Schrotflinte in den Mund gesteckt, indem wir den Markt alles regulieren ließen. Numbers don't lie. Numbers don't die. Menschen aber schon. Und jetzt liegen wir Gesicht und Würde zerfetzt, isoliert, paralysiert zu Hause. My home is my castle. My home is my Intensivstation. My home is my hill. My home is my office. My home is my kindergarten. Wintergarten. In my home bin ich mit zwei anderen alone. Allein. Home. Von den Balkonen ertönt Musik. An meinem Geburtstag stehe ich auf dem Balkon im dritten Stock und eine Freundin singt mir von der Straße aus ein Geburtstagslied. Ich telefoniere wieder mit Menschen, die ich zu lange nicht angerufen habe. Mein Sohn liest das vierte Buch in drei Wochen. Er ist zehn. Er vermisst seine Freunde. Wir vermissen unsere Freunde. Wir vermissen Menschen. Dieses Licht am Ende des Tunnels ist dunkelnd, wenn die Metro wieder an die Oberfläche fährt. Es ist dieser Moment, der uns Menschen offenbart, dass wir einander brauchen. Dass wir Kunst und Kultur brauchen. Bewegung und Austausch. Dass Geschwindigkeit und Effizienz im Miteinander nichts zu suchen haben. Wir lieben Technik. Doch kaufen das, was uns in Krisenzeiten am nötigsten erscheint. Etwas, das jeder braucht. Mehl und Hefe. Wie vor hunderten von Jahren. Mehl und Hefe. Und wenn ich wieder in den Spiegel gucke, mich sorge um meine, um unsere Existenz, das alles, was wir uns aufgebaut haben, am Krisenriff zerschellt, dann denke ich, Mehl und Hefe. Man braucht nicht viel zum Überleben. Dann gehe ich zu meiner Familie, schaue sie an und denke, man braucht nicht viel zum glücklich sein. Dann gehe ich zu Nein. Danke. Vielen Dank.